Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast nach einer brisanten Nacht Dominic Reyes vs. Yuri Prohatzka, aber wir haben auch andere News am Start, es geht um Bellator, Joel Romero, den UFC Veteran und PFL und allen voran Rory McDonald und Anthony Pettis, aber vorher lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Ganze bei YouTube hört oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Wo sollen wir jetzt eigentlich anfangen? Fangen wir bei Dominic Reyes vs. Yuri Prohatzka an, es war eine sehr kuriose Fight Night, also im Vorfeld hatten wir dieses Drama bei den Way-Ins mit Jon Kuzelaba und seinem Gegner, da hat Jon Kuzelaba ihn am Nacken gepackt und es war in meinen Augen einfach eine wirklich dumme Aktion, einfach aus dem Grund, dass vor zwei Wochen Jeremy Stevens gegen Dracar Close eben aus genau diesem Grund ausgefallen ist. Und zwar, weil Jeremy Stevens damals Dracar Close geschubst hat. Ja, ne, also es ist jetzt nichts passiert, der Kampf ist trotzdem stattgefunden, aber Dana White, der muss da irgendwie dafür sorgen, dass die Kämpfer sich erst anfassen, okay, was jetzt falsch klingt, aber dass die Kämpfer sich erst anfassen, sobald der Kampf losgeht, nicht schon vorher da sich gegenseitig anfummeln. Auf jeden Fall war das Main Event richtig gut, also Dominic Reyes vs. Yuri Prohatzka war ein sehr spannender Fight, Dominic Reyes hat viel Druck gemacht, aber Prohatzka konnte diesem Druck auch standhalten und Dominic Reyes stand in der zweiten Runde einmal kurz davor, nach einem Konter diesen Fight zu finishen. Yuri Prohatzka konnte das überleben, konnte auch einen Submission-Versuch von Dominic Reyes überleben und legte dann aber selber mit sehr, sehr viel Druck los und legte wirklich einen Schlag nach dem anderen. Und dann gab es zuerst den Schlag und dann den Ellbogen und dann den Spinning Elbow und mit diesem Spinning Elbow hat er Dominic Reyes auf die Bretter geschickt und wirklich brutal ausgenockt. Also das war wirklich ein ganz, ganz böser Knockout, nichtsdestotrotz muss man sagen, ein wunderschöner Knockout, also was Yuri Prohatzka da abgeliefert hat, war grandios. Ich denke, Prohatzka wird jetzt nicht direkt den Titelfight bekommen, auch wenn das eine Option wäre, es ist definitiv eine Option, keine Frage, ich denke aber nicht, dass er den Kampf bekommt, sondern er wird zuerst gegen Rakic kämpfen. Im September haben wir Blachowicz gegen Glover Teixeira und bis September dauert es und dann fällt der Sieger vielleicht noch vier Monate aus, das heißt, vielleicht sehen wir erst in einem Jahr den nächsten Titelfight vom Light Heavyweight Champion nach dem Titelkampf im September. Möglich wäre es, das heißt, Blachowicz wird nicht dieses Jahr nochmal kämpfen, wenn er im September kämpft. Es sei denn, er haut jetzt ein Flying Knee raus und Glover Teixeira trifft ihn gar nicht, dann schon, aber ansonsten können wir uns vorstellen, wird das dieses Jahr nichts. Vor allem sind die beiden, also Teixeira und Blachowicz, ja nicht mehr die Jüngsten. Kobe-Event, Giga-Chikaze hat Cap Swanson quasi gesmoked, sagt man ja so schön. John Kucelaba und Dustin Jacoby endet in einem Split-Draw, ist eine sehr spannende Entscheidung, einfach aus dem Grund, dass Kucelaba eine starke erste Runde hatte und dann aber die Auxauer weg war. Bub, und dann hat sein Gegner diesen Kampf kontrolliert. Kann gut sein, dass man ihm dann eine 10-8-Runde gegeben hat. Unser Gegner hat dann die anderen zwei gewonnen, endet natürlich dann in einer Split-Decision, äh, in einem Unentschieden und, äh, ja, ein Split-Draw ist ja schon selten. Also eine Split-Decision ist selten, ein Unentschieden noch seltener, jetzt haben wir ein Split-Draw, kurios. Dann geht es ein wenig über Bellator und zwar haben wir bei Bellator ja zwei große neue Kämpfe unter Vertrag. Einmal Anthony Rumble Johnson, den kennen einige noch von der UFC, ein sehr bulliger Typ im Light Heavyweight. Und Joel Romero, den kubanischen Profi-Ringer, der darf aber nicht kämpfen. Er hätte jetzt eigentlich kämpfen sollen im Mai und zwar eben gegen Rumble, gegen Rumble Johnson, aber Romero hat den Medizin-Check nicht geschafft. Und da dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Es geht bei diesem Medizin-Check nicht darum, dass da mit einer Doping-Kontrolle etwas schief gelaufen ist. Das ist es nicht. Sondern es geht darum, dass er so einen Medizin-Check beim Doktor, einen ganz normalen Medizin-Check, ob er fit ist, Bestand hat. Und das hat er nicht. Und natürlich hat man sich gefragt, okay, warum? Was ist da los? Helwani hat geschrieben, es lag an seinem Auge. Es gibt ein Problem mit Romeros Auge und das ist eine sehr spannende Geschichte. Details gibt es nicht, aber schaut euch ein Bild von 2016 von Joel Romero an und dann ein Bild von 2019. Und ihr werdet merken, eines von beiden Augen, ich weiß nicht, ob es das rechte oder linke ist, ein Auge von beiden ist anders. Romero hat ein Problem mit seinem Auge. Das war in Folge einer Operation. Seitdem sieht sein Auge anders aus, aber genauere Details gibt es da nicht. Auf jeden Fall darf Joel Romero nicht kämpfen. Er wird nicht kämpfen im Mai. Anthony Rumble Johnson hat einen neuen Gegner bekommen. Dann haben wir ebenfalls die PFL. Das Spannende bei der PFL ist, die haben auch zwei sehr bekannte Gesichter unter Vertrag. Und das ist zum einen Anthony Pettis und zum anderen Rory McDonald. Anthony Pettis ist immeriger Champion in der UFC, ist dann bei der UFC gegangen und hat eben bei der PFL unterschrieben. Und Anthony Pettis hat sein Debüt leider verloren. Er war zum Schluss nochmal kurz davor, diesen Kampf zu gewinnen, aber hat das Ganze dann nicht über die Zeit gebracht. Er konnte diesen Finish nicht finden und hat deshalb verloren. Rory McDonald auf der anderen Seite, den kennen wir von seinen Schlachten in der UFC. Boah, was hat der für eine Schlacht geliefert gegen Robbie Lawler. Ein brutales, brutales Ding. Rory McDonald konnte sein Debüt erfolgreich gewinnen und das freut mich sehr. Rory McDonald hat gezeigt, dass er einfach immer noch Top-Elite-Niveau ist. Schade für Anthony Pettis, der er gezeigt hat. Bei dem sieht es gar nicht gut aus. Aber Rory McDonald, Holla DeWaldfee, das war eine geile Sache. Und ich würde ihm diese eine Million auch wirklich gönnen. Und dann war es das mit dieser Episode. Ich hoffe, wir hören uns am Dienstag bei der nächsten Episode. Schreibt mir eure Meinung zu Romero's Meditin-Check unten rein. Zu Yiripro Hatka Spinning Elbow. Zu Rory McDonalds Debüt bei der PFL. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.